Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Dienstag, 16. April 2024. Ihr hört und seht den Spotfight-Wrestling-Podcast. Ich bin nicht Marcel Weber, dem wir weiter alles erdenklich Gute wünschen und dachte, ich mache mal einen Abstecher. Ich dachte, ich gucke mir mal diese neue Ära bei WWE an, hier bei Raw in Montreal. Freut mich sehr, dass ich am Start sein kann und ich freue mich, dass er hier an meiner Seite ist. Ich bin übrigens Tobi, für die, die es noch nicht erkannt haben. Er an meiner Seite wird mich auch in dieser Woche übrigens durch die Dynamite-Review bringen. Freue ich mich und heute auch durch Raw begleiten. Kommentator, Ringsprecher, Podcaster, hat eigentlich alles gemacht, was man so mit Wrestling in Verbindung bringen kann. Dementsprechend freue ich mich sehr, Virgil. Dass du heute an meiner Seite bist, einen wunderschönen guten Abend. Ich war sogar schon mal Gast-Referee bei einem Match von Doug Williams. Ja, steht in der Datenbank und ich habe nicht gerasselt, aber alles andere habe ich tatsächlich schon gemacht. Ja, diese Woche machen wir einfach Tag-Team-Match, einfach mal Dienstag und Donnerstag. Finde ich, das ist eine gute Idee. Vor allen Dingen, dass wir dann einfach mal den Kontrast auch sehen. Besonders dir werden vielleicht heute ein paar gute Kameraeinstellungen auffallen, die dir vielleicht dann auch bei Dynamite wünscht. Wir werden es sehen, auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Show. Ist ja einiges passiert heute, auf jeden Fall. Davon können wir ausgehen. Ich freue mich vor allem auf die Kommentare, nicht nur von dir, sondern auch von den lieben Menschen aus unserer Community in den Kommentaren. Wie viel heute bei RAW passiert ist, werden wir uns ja gleich angucken. Ich möchte noch sagen, auf Spotify, Freunde, da passiert gerade einiges. Wir sind mittlerweile von Platz 40 auf Platz 38, auf Platz 36, auf Platz 32 aller Sport-Podcasts in Deutschland gesprungen. Wow, wow, wow. Also ich werde mir auch diese Folge wieder auf Spotify anhören und mal gucken, vielleicht schaffen wir es, wenn alle auch auf Spotify diese Folge für 60 Sekunden hören, vielleicht schaffen wir es dann sogar in die Top 30. Das wäre tatsächlich ein krasses Achievement, sagen zu können, ey, wir sind in den Top 30 der Sport-Podcasts auf Spotify. Das ist quasi das Neue, schaffen wir die 300 Likes auf YouTube, nur jetzt eben mit Spotify. Aber das ist schon ziemlich cool, oder? Ja, stell dir mal vor, wir würden einen Royal Rumble machen mit den 30 Top-Sport-Podcasts. Ich würde von uns aus dem Team, würde ich Jazzy in den Ring schicken, weil die würde die anderen alle rasieren und dann würden wir gewinnen. Also finde ich super nice, vielen, vielen Dank für den Support auf jeden Fall, natürlich auch auf YouTube. Also nicht, dass wir, und auf allen anderen Plattformen, auf die ihr uns auch hört, ist einfach geil. Also Wrestling boomt, die Leute haben Bock auf Wrestling, wir in Deutschland haben Bock auf Wrestling. Ist einfach mega schön, dass ihr alle mit dabei seid und ja, wir machen einfach weiter. Und deswegen machen wir das jetzt hier auch im Team, weil die Podcasts müssen weitergehen. Wir kriegen das hin, Woche für Woche euch zu unterhalten und euch zu informieren. Ja. Es fällt hier nichts aus. Also ich habe tatsächlich heute einen kleinen Horrortag geschoben, aber trotzdem ist diese Raw Review drin. Wie gesagt, Marcel wünschen wir alles Gute, hoffen, dass der natürlich zeitig zurückkehrt. Aber wir lassen euch doch hier nicht auf dem Trockenen sitzen. Dementsprechend, ja, machen der Virgil und ich das. Eine letzte Sache noch, bevor wir jetzt gleich in die Show reingehen. Denn es ist, und einige haben schon danach gefragt, ja, es ist Tippspielwoche. Die alte Tippspiel-Saison mussten wir leider genau zu WrestleMania abbrechen, lag nicht ganz in unserer Hand. Aber wir wollen dafür jetzt mit der neuen Tippspiel-Saison umso mehr Gas geben. Wir haben die letzten ein, zwei Wochen wirklich teilweise Nächte durchgemacht im Hintergrund, durchgeackert, programmiert und versuchen wirklich alles Menschenmögliche, um euch zu AEW Dynasty, am Sonntag findet das Event statt, dass wir euch vorher eine Tippseite präsentieren können. Die wird noch nicht hundertprozentig schön aussehen. Wir gehen erstmal wirklich drauf, dass sie funktioniert und wollen dann mit euch in die neue Tippspiel-Saison gehen. Damit wir alle die Möglichkeit haben, das Ganze professionell, sauber, zuverlässig durchzugehen. Damit wir eine Saison von A bis Z spielen können und hoffentlich Spaß haben. Denn so einen Tippzettel neben dem Event laufen zu haben, ich finde, das macht einfach noch mehr Spaß, dann auch das Event zu folgen. Das gibt mehr Würze, auch die von euch, die jetzt vielleicht auf AEW Dynasty nicht so gehypt sind. Glaubt mir, wenn ihr einen Tippzettel da habt, dann knistert es direkt ein bisschen mehr. Und dementsprechend, genau, freue ich mich da sehr darauf und hoffe, wir kriegen es hin. Drück die Daumen und dann, ja, Virgil, kannst auch du deinen Tippzettel ausfüllen für AEW Dynasty? Ich darf mitmachen? Ja, du darfst mitmachen, klar. Vielleicht steige ich mal ein. Also ich würde ja schon behaupten, dass ich das Gefühl habe, dass ich so den Drive habe, so ein paar Sachen vorhersagen zu können. Vielleicht muss ich mich mal mit der Community messen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ja. Gucken wir mal. Wir haben jetzt Bock auf diese Ausgabe von Monday Night Raw und gehen damit rein in die Show, die eröffnet wird von Rhea Ripley. Mami kommt raus mit einem Gesichtsausdruck, der nix Gutes zu sagen hat. Sie schaut, als hätte ein Promoter gerade im TV einen Backstage-Vorfall aus dem Wembley-Stadion abgespielt. Aber so auf dem Niveau war es vielleicht doch nicht ganz. Adam Pearce ist auch mit im Ring und Rhea sagt, den knapp 12.000 Fans in Montreal, WWE kündigte 15.000 an, nach der Attacke von Liv Morgan letzte Woche wurde mir gesagt, dass ich jetzt einige Monate an der Seitenlinie stehen muss. Ich werde zusehen müssen. Und mir wurde erzählt, dass ich meine WWE Women's World Championship abgeben muss. Es gibt Bullshit-Chance. Aber Rhea sagt, wenn ich zurückkomme, ich verspreche euch, ich bin auf Rache aus. Ich bin auf Blut aus. Wer auch immer den Titel als nächstes gewinnt, ihr seid mal besser gewarnt. Es gibt Thank-You-Mami-Chance. Dann kommt Liv Morgan unter lauten Buhrufen raus. Sie wird von viel Security zurückgehalten. Rhea Ripley will auf sie losgehen. Security hält die beiden zurück. Und damit endet Virgil unser Opening-Segment. Das hat sich leider das bestätigt, was in Gerüchteküchen in den letzten Wochen schon Richtung Deckel gedampft ist. Rhea Ripleys Titelregentschaft. Ein sehr unrühmliches Ende hat die gefunden. Und jetzt ist es offiziell. Rhea Ripley ist kein Champion mehr. 380 Tage. Ich habe gerade nachgeguckt. Sie hat ihn ja letztes Jahr bei WrestleMania gewonnen. Hat ihn jetzt bei WrestleMania verteidigt. Ist ein zweischneidiges Schwert. Weil generell ist man natürlich nie ein Fan davon, wenn ein Titel vakatiert wird. Egal aus welchen Gründen. Ob es eine Verletzung ist. Ob ein Vertrag vielleicht nicht verlängert worden ist. Sowas gab es ja auch schon mal. Oder sonst irgendwas. Ist immer scheiße. Und normalerweise willst du ja auch jemanden sehen, der oder die als Herausforderin hochgebracht wird. Und dann besiegt sie den Champion oder die Titelträgerin. Und dann hast du einen neuen Star geschaffen. Oder jemand anderes im Main Event gepackt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie Rhea Ripley nicht mal nur im Moment, sondern seit Anfang des Jahres. Vielleicht sogar seit Ende letzten Jahres. Über der gesamten Women's Division eigentlich bei Raw schwebt. Für mich war es sowieso schwer, jede Herausforderin irgendwie als wirkliche Gegnerin anzunehmen. Ich habe nicht gedacht, naja, Jax wird ihr den Titel abnehmen. Ich habe auch nicht gesagt, Becky Lynch wird ihr den Titel abnehmen. Ich würde sogar sagen, für die Situation, die wir jetzt haben, ist es vielleicht nicht mal das Schlechteste, was hier passieren konnte. Natürlich wünschst du niemanden eine Verletzung. Aber wir haben jetzt noch wieder eine andere Geschichte, die wir erzählen können. Wir haben wieder ein Match, was in sechs Monaten Tickets verkauft. Weil wenn es dann irgendwann zu diesem Match zwischen Liv Morgan und Rhea Ripley kommt, hast du eine Geschichte, die eben schon begonnen hat. Und die hat ja auch schon, die hat ja nicht heute begonnen, die hat auch nicht letzte Woche begonnen. Die hat ja schon vor WrestleMania tatsächlich bekommen. Als Liv Morgan zurückgekommen ist und als sie eben in dieses Title-Picture wieder wollte und alles verloren hat auf dem Weg dahin und immer wieder gesagt hat, so meine Zeit wird kommen, ich werde die Rache mir schon nehmen. Dass jetzt so eine Situation passiert ist, ist vielleicht auch ein bisschen Glück im Unglück. Es ist ja passiert, glaube ich, sogar bei der Attacke letzte Woche. Also Rhea Ripley war ja gesund, bis sie dann gegen eine Wand geschmissen worden ist. Sowas passiert, es passiert einfach. Natürlich ist es schade. Natürlich hätte ich ja auch lieber ein gut aufgebautes Match gesehen, wo dann irgendwer sie besiegt. Aber ehrlich gesagt, die Story haben wir jetzt bei WrestleMania auch sehr oft gesehen, dass irgendein gut aufgebaute Herausforderer irgendeine lange Regentschaft beendet hat. Für diese Regentschaft würde ich sogar sagen, ist das okay. Es ist vielleicht sogar okay, weil der Pop, wenn Rhea Ripley zurückkommt, wird enorm sein. Die Geschichte, die du mit Liv Morgan jetzt erzählen kannst, ob sie jetzt Titelträgerin wird in den nächsten Wochen oder nicht, ist eine gute, die du erzählen kannst. Und vor allen Dingen, es war auch kein Double-Turn, der jetzt gerade passiert ist, sondern bei Liv Morgan hat sich das schleichend angedeutet. Und wer mir da draußen erzählen will, Rhea Ripley ist in den letzten Wochen hier gewesen. Sorry, das war sie spätestens seit dem Heimspiel nicht mehr. Ich finde es okay. Ich finde es ehrlich gesagt sogar okay. Und es ist, glaube ich, nicht das Schlimme. Man hätte viel, viel schlimmere Geschichten erzählen können. Also, ist okay. Manchmal sind ja solche Verletzungen tatsächlich etwas, was auch eine Karriere boosten kann. Und was große Momente kreieren kann. Wie du es gesagt hast, das Comeback von Rhea Ripley, die Jagd nach dem Titel, das wird groß. Insofern versuche ich da positiv zu bleiben. Natürlich ist es für sie brutal bitter, dass ihre Titelregentschaft jetzt so enden muss, dass du so viel Zeit investierst und jetzt an sich erstmal keiner mit einem Titelgewinn den Rub bekommt, wie es so schön heißt. Auf der anderen Seite, finde ich, hat jetzt schon, und wir werden es nachher auch in der Promo von Liv Morgan sehen, hat mit Liv Morgan jetzt schon jemand essentiell eigentlich jemand profitiert. Denn Liv Morgan kann jetzt mit ein bisschen Ecken und Kanten sich an dieser Verletzung profilieren und kann sich daran hochziehen. Und dementsprechend, glaube ich, das kann man schon nutzen. Was einige noch moniert haben im Internet, ja, Roman Reigns, der war doch auch immer monatelang weg. Und jetzt ist Rhea mal weg und sie wird sofort, da wird der Titel abherkannt. Roman Reigns hatte, meine ich, nie so eine schwere Verletzung, dass er monatelang nicht hätte antreten können. Aber natürlich, das ist halt zweierlei Maß. Aber da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Das macht WWE halt so. Rhea ist jetzt halt auch nicht der Tribal Chief. Ansonsten, Promo war stark und jetzt muss man gucken. Es gab nachher wirklich die Ankündigung. Ich hätte gedacht, man macht vielleicht in Saudi-Arabien beim Queen of the Ring, macht man dann die neue Titelvergabe. Aber nein, nächste Woche bei Raw werden wir direkt eine neue Titelträgerin finden. Und da bin ich mal gespannt, wer dann dort in diesem Title Picture ist. Aber das scheint man ja auf jeden Fall jetzt erstmal schnell wieder beenden zu wollen, diese Durststrecke. Und nach dem Segment haben wir dann auch Judgment Day noch Backstage gesehen. Die standen bei Rhea, haben gesagt, ey, Kopf hoch. Auch für die Gruppe natürlich schade. Und Rhea sagt, ihr macht das schon und passt mir auf den Domdom auf. Wo ich mir die Frage gestellt habe, schon witzig, wie jetzt so getan wird, als würden sie sich monatelang nicht mehr sehen. Als könnte man sich keine Nachrichten schreiben. Als könnte man nur zusammen Backstage bei einer Wrestling-Show existieren. Das fand ich noch ganz lustig. Aber ja, Rhea scheidet dahin, Genson-Untergang und wird ihre Jungs jetzt wahrscheinlich ein paar Monate im Kayfabe nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ich meine, die Kritik an, dass sie den Titel jetzt abgeben muss, ich weiß nicht, hast du mitbekommen, wie lange sie jetzt ausfällt? Gibt es da Prognosen oder sowas? Ich habe überhaupt nichts gelesen. Ein paar Monate. Kann zwischen vier bis neun Monate eigentlich gerade alles sein. Aber ich glaube, wenn sie nur, sage ich mal, acht bis zehn Wochen ausfallen würde, so wie es bei Seth Rollins zum Beispiel für WrestleMania der Fall war, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, soll sie den Titel behalten. Aber keine Ahnung, was da am Arm so kaputt gehen kann. Rotatorenmanschette, schieß mich tot. Ja, weiß nicht. Vielleicht ist es sowas. Aber ich denke schon, es wird eher in Richtung sechs Monate plus gehen. Sonst hätte man das hier nicht gemacht. Du darfst auch nicht vergessen, alles, was mit Arm oder Schulter oder sonst irgendwas zu tun hat, besonders das Schulter ist, ein super komplexes Gelenk. Also ich hatte vor vier Jahren oder so hatte ich meine Schulter-Eckgelenkspringen und du siehst es bei mir halt auch immer noch. Mein Knochen steht bis heute auch noch hervor. Du kriegst auch vielleicht nie wieder die Mobilität wieder zurück, die du vorher gehabt hast. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber die Leute, ich komme aus einer Zeit. Ich bin Wrestling-Fan seit der frühen 90er. Bei mir wurden Titel noch verteidigt alle 30 Tage. Ansonsten wurde er ja vakantiert. Die Alternative ist, wir machen Interim-Title. Erinnert sich noch jemand an AIW daran, als es den Interim-Wortatel gab? Ich meine, Interim-Title, soweit ich mich erinnern kann, gab es bei WWE noch nie. Eigentlich jetzt mit dem Merger mit UFC wäre das vielleicht sogar mal denkbar gewesen. Also hättet ihr das lieber gehabt, dass es vielleicht für die Zeit einen Interim-Champion gibt und dann kommt Rhea zurück und dann machst du vielleicht ein großes Ladder-Match um beide Titel wie bei WrestleMania 10? Keine Ahnung. Ich finde es nicht schlimm, ganz im Ernst. Dann ist sie jetzt vier Monate weg, dann ist sie sechs Monate weg. Im besten Fall mit dem Draft. Du hast neue Gegendrinnen auch wieder. Sie hat doch bei Raw alles durchgespielt, was jetzt im Moment da ist. Hol durch NXT, hol durch SmackDown neue Leute. In fünf bis sechs Monaten sieht der Kader ganz anders aus. Die Main-Event-Szene sieht ganz anders aus. Und dann kann sie sich durch andere Leute durchrasieren. Also von daher, ich glaube, es hätte auch eine schlimmere Geschichte passieren können. Ich glaube, das ist auf einem guten Weg. Wie es jetzt mit dem Judgment Day weitergeht. Naja, vielleicht macht sie jetzt auch ein bisschen Urlaub. Also ich bin ja sowieso ein Verfechter auch davon, dass die Leute vielleicht mal eine Auszeit bekommen. Du musst nicht jede Person zwölf Monate, 52 Wochen im Programm sehen. Die Leute können auch mal drei, vier Monate weg sein. Von daher, lass sie doch ein bisschen Urlaub nehmen. Muss sie nicht im Clubhouse rumsitzen. Besonders für den Judgment Day wird es jetzt interessant, wie etablieren die sich. Eigentlich haben sie jetzt den World Champion, der jetzt als Leader in die Position gehen kann. Aber ich muss sagen, mit dem Temperament des Damien Priest hatte, sehe ich eher, dass der Judgment Day vielleicht gar nicht mehr da ist, wenn Rhea zurückkommt. Vielleicht ist das ja auch der Weg, in den es geht. Weißt du die Richtung? Seamus hat seinen Weg zurückgefunden mit, das fand ich sehr schön, mit seinem alten Theme-Song. Written in My Face. Richtig gut. Das fand ich richtig, richtig gut. Hat mir sehr gefallen. Hat man eben in der Jim-Johnson-Kiste rumgeknarpt und hat zumindest nicht irgendwie so einen Death-Rebel-Remix gemacht. Das fand ich tatsächlich ganz schön. Written in My Face, schöner Banger. Kann ja noch kommen. Kann noch kommen. Vielleicht remixen sie das. Naja, und Seamus, der kam jetzt eben zurück. Und der macht, was Seamus halt so macht. Er geht in ein Match gegen Ivar. Und die Story des Matches ist, das sind zwei große Dudes, die sich halt vermopsen wollen. Und der Ivar vermopst den Seamus. Und Seamus sagt, Junge, gib mir weiter. Die Kommentatoren bringen dann over. Und ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Die Kommentatoren bringen dann over. Ivar, der tritt übrigens bei NXT gegen Oba Femi an, um die NXT North American Championship. Und Seamus kämpft sich dann im Match zurück, präsentiert uns den Kneecap, einen Broadkick quasi nur mit dem Knie und dann eben den Broadkick zum Sieg. Eins, zwei, drei, acht Minuten hat es gedauert. Herzlich willkommen zurück, Seamus. Ich glaube, dem hat das Spaß gemacht. Und wir können gleich gern nochmal auch über seine Form sprechen. Einige im Internet haben kritisiert, der sah aufgedunsen aus oder so. Ich glaube, wenn du viele Monate raus bist, ist es ein Stück weit, ja, dann auch normal, dass sich deine Körperform verändert. Vielleicht kannst du uns da gleich noch ein paar Insights geben, zu dem, wie er da ausgesehen hat. Ich will vielleicht noch anmerken an der Stelle, wenn er zurückkommt, der hätte hier gegen irgendwen antreten können. Warum es jetzt genau Ivar sein muss, der eigentlich ein NXT North American Championship Match bekommt, das hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen. Das fand ich eigentlich dann quatschig an der Stelle. dementsprechend, ja. Aber sonst, Seamus, schön, dass er zurück ist. Meine Ahnung, jemand, der auch immer easy Übergangschallenger für Leute wie Cody Rhodes oder so sein kann, der ist da immer in jeder Rolle variabel einsetzbar. Deswegen, welcome back. Du musst dir mal überlegen, dass der Mann seit, ich glaube, fast zehn Jahren nicht mehr World Champion war. Seitdem war er eigentlich nur noch irgendwie Tag Team Region unterwegs, mal hier ein Intercontinental Title Match, da ein United States Title Match. Der ist ja mehrfacher World Champion, aber der wird nicht präsentiert wie ein Drew McIntyre. Der wird nicht präsentiert wie ein Randy Orton. Und ich glaube, die Leute sind ein bisschen daran verwöhnt, wie ein Randy Orton ausgesehen hat, als er zurückkam, wie ein AJ Styles aussah, wie er zurückkam. Und durch Seamus und seine Celtic Warrior Workouts auf YouTube erwarten mir halt auch was. Mir persönlich ist das scheißegal, wie er aussieht. Der soll sich wohlfühlen in seinem Körper. Ich würde was geben. Ich meine, ich bin in seinem Alter und ich sehe nicht so aus. Ich kann gerne die Fresse halten. Also mal ganz im Ernst. Sein Outfit war eine Katastrophe. Was war denn das für eine BWE-Shop gekaufte Wunderhose, die er da getragen hat, mit dem BWE-Logo vorne drin. Das habe ich nicht verstanden. Aber der Lobsterheld ist zurück. Der hat Spaß gehabt. Jetzt kann er meinetwegen gegen Oberfemi antreten. Also ich meine, Iver brauchst du da nicht mehr runterschicken. Der hat gerade verloren. Also die wollten, glaube ich, einfach nur wirklich ein Banger-After-Banger-After-Banger-Match. Brons und Reed dürfen sie noch nicht verjobben. Also haben sie Iver genommen. Also vielleicht hätten sie auch jemand anderen einfach von NXT nehmen können. Ein Dijek hätte sich da vielleicht präsentieren können. Ein, wie heißt er, der in dem Tag-Team war mit dem Sohn von Josh Briggs. Hätten sie reinpacken können. Also wenn sie einen großen haben wollen, der sich mit Sheamus da acht Minuten prügelt. Ich hätte nicht Iver verbrannt. Also ich bin, das muss ich mal sagen. Ich, der sich die ganze Zeit wundert, warum gibt man überhaupt Iver Zeit, wenn sein Tag-Team-Partner zurückkommt, hat sich das sowieso mit seinem Singles-Push erledigt. Und das war ein Punkt, wo ich mir dachte, da hätte man jemanden nicht einsetzen können. Das wäre auch okay gewesen. Es folgt dann ein herausragendes Videopaket zu Sami Zayns Titelgewinn und dem heutigen Main-Event. Sami Zayn gegen Chad Gable Intercontinental Championship. Die Intercontinental Championship übrigens auch der einzige Titel, den Sheamus bei WWE, so haben es die Kommentatoren erklärt, noch nicht gewonnen hat. Dementsprechend vielleicht ist ja auch das eine Richtung. Es ertönt die Musik von Triple H. Der Hunter ist wieder da, der genießt das, glaube ich, gerade so ein bisschen. Bei Mania kommt er raus, bei Raw After Mania kommt er raus, bei Raw After Mania kommt er auch raus. Die Fans huldigen ihn. Er ist ja der, der so im Narrativ verkauft wird. Er hat WWE besser gemacht, er ist unser Retter und der gefällt sich in dieser Rolle des Ritters und des Retters. Dementsprechend kommt er nach draußen, zeigt nochmal in die volle Arena. Die zelebrieren den auch, das ist richtig geil. Allein solche Entrances bei einer Weekly, muss ich wirklich sagen, Leute, das ist so ein Feeling, da passiert erstmal nichts. Aber das sind fünf Minuten Sendezeit, wo ich mir sage, Freunde, wie sich ein Wrestler von der Crowd feiern lässt, was ich mir schon für Nächte auf YouTube um die Ohren geschlagen habe, um mir Entrances und einfach nur die besten Crowdpops oder so anzugucken, das war schon, muss ich sagen, trotzdem sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, aber wie viele Videos davon waren von Montreal? Also man darf das gar nicht unter den Tisch kehren, was für eine großartige Crowd jedes Mal in Montreal da ist. Ob das Sami Zayn war, ich glaube, entweder war es in Montreal oder in Quebec, weiß ich nicht mehr genauso. Aber er war bei Moment of Bliss einmal und da haben sie die ganze Zeit sein Lied gesungen. Who's your daddy Montreal, die Promo alleine, ja. Also wo Shawn Michaels dann Bret Hart ankündigt hat, der nicht kam und alles. Montreal ist einfach eine geile Crowd. Ich weiß nicht, die Leute, die vielleicht auf YouTube zugeguckt haben und während du erzählt hast, wie Triple H gefeiert wird, haben vielleicht meine Mimik gesehen und ich habe ein bisschen so mein Gesicht verzogen, weil ich bin an einem Punkt langsam, wo ich mir denke, Bro, wir haben es verstanden, dass du WWE gerettet hast. Also ich habe es verstanden, ich glaube, alle anderen haben es verstanden. Es ist schön, dass du dich feiern lässt und mit Sicherheit. Ich meine, so viele Momente, weiß ich nicht, wie viele er noch haben wird, wo er wirklich seinen ganzen Entrances macht und rauskommt und auch noch so gefeiert wird, weil wir kennen auch WWE, Authority-Figuren sind oft die Heels und so. Also vielleicht wird er nicht mehr lange so bejubelt. Man weiß ja nicht, in welche Richtung das noch geht. Man weiß auch nicht, wie lange der noch da ist. Du weißt ja auch nicht, welche Dokumente vielleicht noch vor Gericht geöffnet werden. Who knows all of that? Aber ich komme langsam an einen Punkt, wo ich mir denke, es ist Zeit, sich auch mal ein bisschen zurückzunehmen und das jetzt so mal gedeihen zu lassen und mal das wirken zu lassen. Und einfach mal stolz auf die Arbeit zu sein, aber nicht plakativ zu sagen, übrigens, weißt du, wer das alles macht? Nur er. Er alleine ist dafür verantwortlich und dafür rollen wir ihm den roten Teppich aus. Ich komme an einen Punkt, wo es für mich zu viel ist und ich denke mir, besonders das, was jetzt gleich passiert, der hätte er überhaupt gar nicht rauskommen müssen, weil das eine Aufgabe vom General Manager ist und nicht seine, was jetzt passiert. Ich freue mich schon, wenn er dann bei Backlash irgendwie nächstes Wochenende dann rauskommt oder im 1. Mai oder wann das ist, in zwei Wochen, wenn er dann rauskommt und dann auch Are You Ready und dann irgendwie auf Französisch irgendwie, der wird sich da schön was abholen. Was heißt Are You Ready auf Französisch? Je ne sais pas. Je ne sais pas? Finde ich weltklasse. Finde ich super. Mach doch mal, Virgil, damit du uns nicht im Rot untergehst. Gib dir doch ein bisschen wieder Seamus von der Seite, ein bisschen Licht von der Seite. Ein bisschen Licht, ja, warte ich. So gefielst du mir besser. Oh, guck mal, written in my face. Herzlich willkommen zurück, Virgil. Hallo. Im Ring steht dann ein Podest mit einem schwarzen Tuch drüber. Wir ahnen, oh, da kommt was Neues. Triple H ändert sich an die Größe WrestleMania aller Zeiten, eine neue Ära und Adam Pearce steht auch im Ring und der sagt, die Tag Team Division, die hat sich verändert. Das Roster ist richtig tief jetzt. Wir haben nämlich jetzt schon zwei Sets von Tag Team Titeln und ja, die Tag Team Champions verdienen auch hübsche Gürtel. Also lasst sie uns rausholen. Awesome Truth machen sich auf den Weg zum Ring. Ah, Truth, der Star des Teams wird gefeiert. Auch hier tolle Crowdreaktion. Und dann werden eben neue Tag Team Championships enthüllt. Neue WWE World Tag Team Championships. Nicht mehr die Raw Tag Team Championships, WWE World Tag Team Championships. Die basically auch eins zu eins aussehen, wie die kleinen Geschwister vom World Heavyweight Title, den Damien Priest hat. Das massive Gold, das WWE Logo in der Mitte. Finden wir wie, Virgil, was sagen wir dazu? Rund. Die sind ja einfach nur rund. Also die sind genauso rund wie vorher. Ich bin nicht so der größte Fan von dem Design. Also ich verstehe schon, da müssen wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen aushören. WWE ist ein Brand. WWE brandet sich gerne und wir haben alle verstanden, dass irgendwie die Titel alle ähnlich aussehen müssen. Aber ich habe die heute gesehen und dachte mir, Triple H, du hängst glaube ich noch so ein bisschen der NXT UK-Ära hinterher. Mit den ganzen Reliefs und wie detailliert das alles sein muss und so. Ich bin nicht der größte Fan davon. Vor allen Dingen unter dem Aspekt, die Titel werden, ich schwöre, ich call's, die werden innerhalb der nächsten fünf Jahre irgendwann mal zu SmackDown wechseln. Und dann steht da immer noch auf Rot World Tag Team Champions drauf. Und bestimmt hat einer Backstage gesagt, ja wir machen die und dann übermalen wir das einfach, dann wird's blau. Mach doch gleich irgendwas Neutrales, wo es egal ist, in welchem Brand das ist. Da musst du das nicht nach der Farbe des Brands bieten. Schöne Schwarz. Ja, Schwarz. Man kann es auch nicht richtig lesen, was da drauf steht. Also die Fotos, da sieht der Titel viel netter aus. Ich finde, irgendwie versäumtes WWE, und das ging mir beim World Heavyweight Title schon genauso, Titel zu kreieren, die gut auf Kamera wirken. Also auf Fernsehkameras, die sehen alle immer irgendwie rostig aus, oder das Metall sieht nicht so gut aus, oder vielleicht zu viel Relief, zu viel Details drin, dass du einfach die Einfachkeit daran nicht erkennst. Und das finde ich schon ein bisschen schwer, weil, überleg doch mal, die ganzen Titel früher, vielleicht hatten die nicht acht Platten übereinander, sondern die waren ein bisschen plain, ein bisschen simpler. Aber die haben wieder Erkennungswert bis zum Gehtnichtmehr gehabt. Wer erinnert sich nicht an den Winged Eagle Title zum Beispiel, wer erinnert sich nicht daran? Oder den alten Intercontinental Title. Und jetzt, wenn jeder Titel irgendwie gleich aussieht, weiß ich auch nicht. WXW macht das ja auch zum Beispiel als deutsches Beispiel, da sehen auch die Titel alle ähnlich aus. Dann steht da Shotgun Title, oder da steht World Title, oder Tag Team Titel. Und ich verstehe das von dem Branding her schon. Aber so ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich bin nicht der größte Fan. Ich finde es gut, dass es neue Titel gibt, aber ich bin nicht der größte Fan. Wenn wir die mal vergleichen mit diesen roten Blechbüchsen, die die vorher als Champions auf den Schultern getragen haben, dann bleibe ich dabei, es ist ein Upgrade. Aber ich bin auch kein Fan davon, dass alle Titel wirklich so gleich aussehen. Ich verstehe Wiedererkennung und dies und das und so weiter und so fort. Aber insgesamt, weiß nicht, finde ich auch, dass es geht unter. Vor allem ist es ja nicht mal konsequent durchgezogen. Weil der Intercontinental Title sieht ja nicht so aus. Der United States Title wird auch nicht so aussehen. Die Tag Team Titel bei SmackDown werden safe jetzt am Freitag auch wieder anders aussehen. Und dann wird Nick Aldis irgendwelche präsentieren. Da kommt Triple H ja schon wieder raus am Freitag. Und ich habe richtig Angst vor dem Design, weil wenn die sich wirklich dann an dem Design von dem Cody-Titel und von dem Titel, den Bailey hat, orientieren. Hä? Ich glaube, der kriegt einfach einen weißen Gurt hinten dran. Weißes Leder, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Also bei NXT ist es ja auch alles durchgebrandet. Das ist schon alles okay. Aber dann entweder mach es alles wirklich ähnlich und dann mach den schwarzen Titel, mach meinetwegen den weißen Titel für die Frauen. Dann mach ein rotes Leder für die Tag Team Titel, aber dann mach die gleiche Form. Wieso ist das eine Kreisplatte? Das ist nicht konsequent. Da kommt der Mediengestalter in mir durch, der sich richtig aufregt. Warum dann nicht bei WWE jemand sitzt, der das einmal, wenn schon durchgebrandet, mal richtig macht? Schreibt uns einmal in die Kommentare, wie ihr die neuen Titel seht. R-Truth erklärt dann, oh mein Gott, der hat aus dem Nichts Titel her gezaubert. Das ist ein Magier. Und The Miz sagt, das ist kein Magier, das ist Triple H. Und R-Truth sagt, nee, nee, nee. Wo ist denn hier Triple H? Außerdem würde jeder Zauberer sagen, dass er kein Zauberer ist. Ihr habt das hier, ihr habt das schon rausgefunden. Und R-Truth fragt dann auch, was hast du noch vor uns zu verstecken? I see right through you, Tommaso Ciampa. Und Triple H ist hart am Korpsen, send for the man. Den entschärft es innerlich komplett. The Miz erklärt dann R-Truth die ganze Geschichte auch nochmal auf Französisch. Triple H setzt ihm dann die neuen Titel auf die Schulter, nimmt die Alten ab und geht nach Hause. Adam Pearce denkt, scheiße, wir haben den Boss vergrault. Und der hat dann die Schlussworte erklärt. So, jetzt braucht ihr aber noch Herausforderer für euren neuen hübschen Titel. Und zwar geht das jetzt sofort rund. Damit geht es flüssig ins Triple Threat von DIY, den Creed Brothers und New Day. Okay, ich fand es schon unterhaltsam, das Segment, wenn man auf R-Truth kommt, die steht dann sowieso. Ich finde es cool, dass der auch jetzt wieder im Fokus steht. Triple H, gut, den hat es für den Tommaso Ciampa-Gag gebraucht. Den fand ich auch durchaus lustig, gebe ich auch zu. Aber hätte bestimmt auch, wäre ihm was mit Adam Pearce eingefallen. Trotzdem, wir haben jetzt neue Titel. Es ist ein Redesign. Das wird sich jetzt weiter durchziehen. Die Women's Take-Team-Titel werden neu gemacht. Die Smackdown-Take-Team-Titel werden neu gemacht. Aber ist halt jetzt so die Phase, in der man wieder einmal schön feucht durchwischt und den ganzen Dreck rauswischt und halt ein paar Sachen neu macht. Ja, kann man gerne machen. Also, ich habe ja nichts dagegen, dass man die anders aussehen lässt. Und die, ja, du hast recht, die Roten davor waren ja auch eine Katastrophe. Aber, ja, machen wir weiter, machen wir weiter. Es ist ein unterhaltsames Three-Way, was wir jetzt bekommen. Auf Twitter würde man sagen, dass das zwischendurch AW-Style war. Das würde man als was Negatives auslegen, dass sie dort im fünften Gang ihre Spots abreißen. Ich fand es unterhaltsam. Führt alles nur zu Nierfords. Tag-Team-Champions sitzen am Ring, schauen zu. Es ist, ja, sehr viel Action, keine Verschnaufpausen drin. Julius Creed am Ende mit einem Superplex gegen Kofi Kingston. Xavier Woods von der anderen Ringecke mitten im Elbow springt er dann auf Creed drauf. Dann haben wir DIY. Die fliegen heran. Meat in the Middle. Die zertreten den Kopf von Xavier und sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nehmen das Cover mit 1, 2, 3 und damit heißt es DIY gegen Miss und Truth. Zehneinhalb Minuten ging das ganze Match. Ja, und das war die Geschichte drumherum. Wir können gern noch über das reden, was vielleicht beim Entrance von The New Day noch mal mehr Leute interessiert. Und zwar gab es dort so kleine Glitches. Wie damals bei Bray Wyatt. Das zieht sich ja jetzt gerade wieder durch die Shows. Vieles deutet auf Uncle Howdy hin. Ja, und schon während eben diesem Entrance von The New Day gibt es so einen QR-Code. Und wenn man diesen QR-Code einscannt und sich das Video anschaut, dann tauchen dort folgende Schriften auf. Time to wake up. Take my hand. Things will be better. Trust me. Eine Krähe sehen wir dann noch. Und genau diese mysteriösen Elemente. Ich glaube Fans von Bray Wyatt und von diesen dunklen Gimmicks, die feiern das ohne Ende. Was ich nicht so feiere, ist, dass Matt Hardy das ganze kommentarlos auf Twitter geteilt hat. Ich weiß nicht, ob der jetzt gerade in diese ganze Uncle Howdy-Geschichte involviert ist. Vielleicht die Howdy-Boys. Keine Ahnung, ob die zurückkehren bei Raw. Aber naja, das dazu. Ganz im Ernst, also solange Matt Hardy nicht in den Ring steigt, man kann ihm ja nicht absprechen, dass der nicht unkreativ ist. Und offensichtlich kam er ja irgendwie gut mit den Windhams zurecht. Er hat ja auch die Story damals gehabt, die, was, wie hießen sie, Deleter of Worlds oder so. Ja. Die waren auch mal ein Tag-Team. Ja. Auf wilde Zeiten. Okay, reden wir über bessere Tag-Teams. Erstmal, willkommen zurück, Creep Brothers. Seitdem ihr, nachdem ihr vor zwei Monaten oder so das letzte Mal alle eure Gegner mit dem Brutus Ball getötet habt und euch selber, dürft ihr also jetzt auch wieder in den Ring steigen, immerhin zehn Minuten. Können wir aufhören damit, irgendwelche Herausforderer in Multiman-Matches zu finden? Also, hä? Drei Face-Tag-Teams treten hier an, um wahrscheinlich in Frankreich gegen ein anderes Face-Tag-Team anzutreten. Also, da merkt man, wie tief die Raw-Tag-Team-Division auf jeden Fall ist. Ich kann's kaum erwarten, bis Erik wieder zurück ist, weil da fehlt ja offensichtlich irgendwas. Also, ja, das Match war vollkommen ordentlich für das, was es war. Niemand von uns wird sich an dieses Match in einer Woche erinnern oder in zwei Wochen erinnern oder in zehn Wochen erinnern. Und das ist eigentlich schade für die Leute, die da drinstehen. Bei allem Respekt, Tommaso Ciampa und Johnny Gargano sind bei mir nicht so weit, dass ich die irgendwie als Champion sehen will. Aber das wird früher oder später passieren. Und jetzt, oh, ich hab jetzt schon keinen Bock auf die ganzen Segmente in den nächsten Wochen mit DIY-Ex und Awesome Truth und auf dem Weg zum Tag-Team-Titel. Das ist leider einfach nicht meine Comedy. Ich mein, das Segment davor mit der Comedy, die hat's ein bisschen gefallen, mir weniger. Es war nicht so schlimm wie die Enthüllung des 24-7-Titles, wer sich daran noch erinnert. Aber ist es jetzt ein Moment gewesen? Das find ich einfach so schade. Du hattest da ein bisschen so die Möglichkeit, einen Moment zu schaffen und du hast die Titel, die neue Titelvergabe hast du angeschlossen mit einem Match, was niemanden juckt. Und was auch nicht unbedingt für mehr Dichte in der Tag-Team-Division führt. Oder für mehr Futter oder für mehr Substanz. Das werden sie jetzt in den nächsten Wochen versuchen aufzubauen. Aber ich finde schon, dass die Tag-Team-Division, trotz, dass man die Titel jetzt getrennt hat, und vielleicht muss man da einfach noch ein bisschen Zeit geben, sehr krank gerade. Sehr. Gucken wir mal, inwiefern da der Draft, der ja auch bald stattfinden wird nächste Woche, inwiefern der noch ein bisschen frischen Wind reinbringen wird. Und ja, auch hier seid ihr natürlich gefragt und eure Meinung. Wie steht ihr zur Tag-Team-Division und wie steht ihr zur Paarung DIY gegen Miss und Truth? Hätte mir mal jemand sagen sollen vor ein paar Monaten, dass das eine Championship-Paarung ist, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt. Ein Video zeigt uns jetzt, wie CM Punk letzte Woche Drew McIntyre erneut zur Weißglut gebracht hat. McIntyre wird dann Backstage dazu befragt und guckt nur so und wirkt sehr zynisch, dreht so ein bisschen durch gerade, glaube ich. Der hat nicht mehr alle Kegel auf der Bahn. Und ja, als ihn die Frage dann irgendwann zu sehr nervt, macht er was, guckt Jackie Redman an und tritt dann diesen Fernseher. Ich will mir gerade einen neuen Fernseher kaufen und denke mir, ach Gott, ich weiß gar nicht, für welchen. Tritt den Fernseher durch dieses komplette Gebäude, der fliegt von Montreal nach, keine Ahnung, Toronto rüber. So doll tritt er den kaputt. Und ohne ein Wort zu sagen, schiebt der Drew wieder ab. Also das S in Schottland-Virtual, das steht heute für schlechte Laune. Ja, du solltest mal gucken, wenn der Fernseher jetzt noch geht, vielleicht solltest du dir die Marke holen. Da, fliegt er. Ich habe ihn gerade gesehen. Hier oben ist er gerade vorbei. Also ich finde es so lustig, vor allen Dingen, weil im Internet ja gerade wieder schon wieder wegen seinem Vertrag spekuliert wird. Leute, denkt ihr wirklich, man würde irgendwelche Storys aufbauen und jemanden regelmäßig im Fernsehen interessant halten? Die verhandeln gerade, wie groß sein Bonus wird, wenn er das Match gegen CM Punk dann irgendwann geworkt hat. Ja, also macht euch da keine Sorgen. Drew McIntyre wird noch eine Weile uns zur Verfügung stehen und uns unterhalten. Und er muss ja auch nicht bei jeder Raw-Ausgabe im Fokus stehen. Im Moment stehen andere Leute vielleicht ein bisschen mehr im Fokus. Sein Platz wird noch kommen. Besonders nach dem Draft kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, das ist ja einer der Mainplayer. Aber stell dir mal vor, zum Beispiel, ein Drew McIntyre bleibt ungedraftet, weil sie vielleicht sogar die Vertragssachen irgendwann mal zur Story machen. Alle reden ja darüber. Und dann irgendwie, ja, Drew McIntyre wurde nicht gedraftet, weil sein Vertrag läuft ja aus oder sonst irgendwas. Er hat verlangt, Free-Agent zu werden oder so. Ich meine, ach so, weißt du, da fällt mir gerade auch ein, wieso ist denn Seamus eigentlich kein Free-Agent gewesen? Wieso ist denn der einfach so bei Raw? Hat der einen Vertrag vorher unterschrieben? Andrade musste doch auch einen Vertrag vorher unterschreiben. War Seamus nicht vorher bei SmackDown? Gegen wen wurde er denn gedraftet? Na, mal gucken, inwiefern man das dann aufdröseln wird und wer auf welcher Seite landet. Auf jeden Fall Drew McIntyre hier, ja, ziemlich gefrustet gewesen. Candice LeRae und Indy Hartwell besiegen in dreieinhalb Minuten Ivy Nile und Maxine Dupree. Und ich wusste ehrlicherweise nicht so wirklich, was ich damit jetzt anfangen sollte. Kannst du mir mehr dazu sagen? Oh, du, halt dich fest. Das ist die großartigste Story, die im Moment im Roten Brand überhaupt präsentiert wird. Pass auf, die letzten vier Wochen oder so hat so Candice LeRae immer wieder in den Matches, in so Tag-Team-Matches, die niemanden interessiert haben und die ungefähr genauso lang gingen, immer wieder so Heal-Tendenzen gezeigt. Weißt du, die hat Maxine Dupree zum Heulen gebracht, da hat sie noch irgendwas über ihren toten Bruder gesagt, wo wir alle nicht mal wussten, dass sie einen toten Bruder hatte. Also Bruder hat, der leider verstorben ist inzwischen. Und Indy war die ganze Zeit dagegen. Und jetzt plötzlich hat Indy auch mitgemacht. Das heißt, die sind jetzt beide Heals. Und wir freuen uns doch alle auf dieses unglaubliche Tag-Team-Match zwischen den Tag-Team-Champions, die Heals sind und den Herausforderern, die Heals sind. Das ist krass. Das war's, ja. Wie will du Rock jetzt machen? Ich spür's. Ich hab Gänsehaut, Freunde. Wirklich, am ganzen Körper nach dieser Erzählung. Ja, okay, das ist doch super. Dann können wir auch weitermachen. Es gibt ein Videopaket zu Damien Priest. Ich mein, ich mach schon ein bisschen lächerlich, aber ich muss ja dazu noch ein bisschen mehr sagen, weil ich red mich ja jede Woche darüber auf. Ich muss einmal sagen, immerhin erzählen sie eine Story neben den Women's Title. Immerhin erzählen sie irgendeine Geschichte. Es muss nicht eine Geschichte sein, die für mich geschrieben worden ist oder für dich, da draußen oder für dich, Tobi, oder für alle Leute, oder für alle Leute, die das gucken. Aber vielleicht ist da draußen irgendwo ein Fan, der sagt, das ist der Grund, warum ich jede Woche Rock gucke. Und dann ist alles in Ordnung. Wenn du der eine bist, schreib uns. Videopaket zu Damien Priest, der fokussiert sich, oder die Video-Erzählung ist fokussiert auf seine Herkunft, Puerto Rico. Da wirkt er auch wie ein Badass. Müssen wir mal gucken, wie der seinen Weg gehen wird. Ich glaube, Damien Priest, wenn wir so seine Rolle insgesamt einschätzen, eigentlich ein klassischer Transitional Champion. Das wird nicht der Champion der neuen Ära jetzt werden, aber er wird den Übergang Ebenen für Drew, Punk, Gunter, Rawlins, wer auch immer das dann sein wird. Dementsprechend aber fand ich ansonsten ein starkes Video an der Stelle. Dann haben wir den Judgment Day Backstage im Clubhouse. Stimmung logischerweise billig gedrückt. Versuchen sich zu pushen. Sind auch immer noch top stable, sagt der Damien Priest, um das zu beweisen. Soll der Dom doch heute mal den Andrade ärgern gehen. Und Finn Balor soll dem Uso den Montag vermiesen. Dem Jey Uso. Und das gefällt Balor nicht. Der will lieber die Tag dem Titel wieder gewinnen. Priest bleibt aber bei seinem Befehl. Und Balor so, ja, okay, mach ich das halt. Also Priest, der Shotcaller im Judgment Day. Er verteilt die Aufgaben. Er ist quasi virtual unsere Übergangsmami. Kann man machen. Man muss ja auch jetzt irgendwas machen. Irgendwie muss es ja präsentieren. Und das spielt ja auch so ein bisschen in das rein, was ich auch spekuliert habe. Nämlich, vielleicht gibt es den Judgment Day ja einfach überhaupt gar nicht mehr. Vielleicht werden sie jetzt beim Draft sogar schon getrennt. Ich meine, kann ja passieren, dass zum Beispiel vielleicht ein Finn Balor nur rübergeht oder ein Dominik Mysterio rübergeht oder sonst irgendwas. Wo ich mir aber auch gleichzeitig denke, Finn, wenn du jetzt mit Damien Priest nicht mehr die Tag-Team-Titel gewinnen kannst, sind da ja noch zwei andere Leute, mit denen du es versuchen kannst. Das sind doch noch zwei. Schnapp dir einfach einen von den beiden. Oder geh doch auf einen Intercontinental-Title. Ist doch auch eine Möglichkeit, was du jetzt machen könntest. Aber nee, er will lieber Tag-Team-Champion sein. Kann ich auch verstehen, weil die neuen Tag-Team-Titel sind ja auch so schön. Für mich insgesamt, man muss irgendwas mit dem Judgment Day erzählen. Aber ich warte hier lieber noch ein bisschen ab, bevor ich urteile. In welche Richtung soll es denn überhaupt gehen? Weil du hast jetzt das Problem, Damien Priest hat den Titel. Und ich sehe ihn genauso wie du. Also Problem ist es ja nicht. Ich freue mich für ihn. Und mit Sicherheit wird es auch ein Dankeschön gewesen sein für die jahrelange Arbeit, die er zum Beispiel mit einem Bad Bunny-Tag-Team und gegen ihn gemacht hat und einfach abgerissen hat. Also dass er verdient, mal World Champion ist, dagegen sage ich überhaupt gar nichts. Aber ich bin auch absolut deiner Meinung, er gehört zu einem anderen Großen und Ganzen. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Sein Problem ist jetzt halt nur, du hast ihn jetzt als Champion in einem Mid-Card-Stable, wo die eigentliche Anführerin jetzt erstmal ausfallen wird. Das heißt, du musst jetzt sowieso das Scheinwerferlicht auf ihn richten. Und die erste Fede ist gegen Main Event Jey Uso. Komm. Also dass das jetzt nicht das spannendste Programm ist, was man mit seinem neuen World Champion nach WrestleMania erzählt, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Frage ist allerdings, ja, was willst du denn jetzt auch machen? Wir sind in so einer Übergangsphase, besonders halt vor dem Draft, wo einfach, ich glaube, das wird ganz viel durcheinanderwirbeln und dann werden die Karten neu gemischt. Das heißt, das Ganze spekulieren. Auch, ich habe ja vorhin die Sache mit den Wyatts und Uncle Howdy und so, habe ich diskutiert, weil ich denke mir auch an der Stelle, spekulieren macht super Spaß. Und ich habe auf Reddit Leute gesehen, die gehen in die Metadaten von Fotos, rein, um da irgendwelche versteckten Botschaften rauszufinden. Viel Spaß dabei. Das ist eine Sache, wo ich gerne ein bisschen abwarte und gucke, wie entwickelt sich das. Und genauso mache ich es jetzt auch beim Judgment Day, weil besonders auch vielleicht durch die Verletzung von Real Replay wird da kurzfristig was umgeschrieben worden sein. Abwarten, was damit passiert, würde ich sagen. Yeet. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht rund um Damien Priest und wie man die Fäden vor allem heiß kriegen will und vor allem, wie lange er Champion bleibt. Für mich ist er eigentlich wirklich nur derjenige, der den Titel für Drew warm hält, bis er den in Schottland dann zum Beispiel gewinnen kann. Aber es würde mich sehr wundern, wenn Damien Priest über den Sommer hinaus World Champion bleiben sollte. Wir sehen dann von Earlier Today, ein wie ich fand herausragendes Interview von Chad Gable und seinen Vorbereitungen auf den Main Event heute. Egal, ob die Fans hinter ihm stehen oder nicht. Er weiß trotzdem um seine Fähigkeiten. Er weiß trotzdem, dass er gewinnen wird. Und vor allem weiß er, wo Sammy Saints Schwachstellen liegen. Als er sich damals für Olympia qualifiziert hat. Er kommt aus Minnesota, ist damals in Iowa in das Gebäude gegangen. Ist da reingegangen. Keiner wollte, dass er sich für Olympia qualifiziert dort. Und dann ist er rausgegangen und er war für Olympia qualifiziert. Das heute ist ein Auswärtsspiel. Sie juckt ihn aber nicht die Bohne. Fand ich ein fantastisches Segment. Chad Gable, more power to him. Ja, vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, dass es eben mal anders gedreht worden ist. Du hättest ja dasselbe Segment auch machen können. Chad Gable steht irgendwo Backstage. Alpha Academy vielleicht hampelt auch noch im Hintergrund rum. Casey Kelly fragt ihn live eine halbe Stunde vor dem Match. Nein, das war drei Stunden vor dem Match. Das war irgendwann während der Show. Trainingssession hinter sich oder sonst irgendwas. Das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen sportlichen Anspruch. Und das ist ja auch sein Charakter. Er ist ja der Athlet, der Sportler. Finde ich gut und gerne mehr sowas. Also einfach mal gern ein bisschen mehr experimentieren. Ein bisschen mehr out of the box. Ein bisschen mehr was, vielleicht auch kopieren, was es früher mal gab oder so. Wir hatten früher nicht nur Live-Interviews, sondern auch mal aufgezeichnete Segmente. Gern mehr davon, war gut. Andrade trifft jetzt auf Dominik Mysterio. Schreibt uns gerne mal, was ihr von Andrade haltet. Wie findet ihr seine Einsetzung? Holt ihr euch ab? Finde ich mal spannend, ein paar Meinungen zu sehen. Es gibt in diesem Match einen viel diskutierten Canadian Destroyer auf den Apron. Das A in Andrade stand also für AEW an diesem Montag. Haben sie einfach mal so eben rausgehauen. Und Andrade denkt sich, gib mir, Junge. Das Ganze gepaart mit so ein paar üblichen WWE-Heel-Spots von Domdom beziehungsweise auch Eingriffen von JD McDonough, der die ganze Zeit am Start ist. Aber Andrade ist natürlich gut genug, gewinnt das Match nach The Message, wie er diesen Move getauft hat. Ich weiß nicht, müsste TJ uns da mal genau helfen, wie man den bezeichnet. Diesen Double Underhook Spinning, Neckbreaker, whatever. Nach dem Match auf jeden Fall im Beatdown von JD und Domdom. Ricochet kommt heraus und macht den Save. Ja, kann man wohl alles so machen. Match war eigentlich ganz in Ordnung. Und einfach zwischendrüber so ein random Canadian Destroyer auf dem Apron. Klar doch, Virgil. Warum nicht? Ja, das war so ein kleines Work-Rate-Match. Also wirklich ein kleines. Und das war halt mal wieder so ein Zeichen, ja, Andrade kann catchen. Und auch Dominik kann ganz gut mithalten. Ich meine, genau so eine Matches braucht er ja auch. Schön, dass es auch nicht nur drei, vier Minuten ging. Hätte, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich... Also Andrade connectet bei mir null. Besonders als FaZe. Ich verstehe nicht, warum er da mit einer schwarzen Maske rauskommt und denkt, er wäre der coolste Charakter. Aber es juckt einfach niemanden. Und ich glaube, man braucht ihn nicht länger als FaZe darzustellen. Ich glaube, die Hälfte der Fans... Ich meine, du wirst nicht wissen, dass die in den letzten Wochen so ein bisschen was miteinander zu tun hatten und Dominik erst mal versucht hat, ihn auch für ein Judgment-Day zu rekrutieren und das ja dann offensichtlich nicht geklappt hat und bei WrestleMania dann daran gemündet ist. War die Geschichte nicht vorbei? Also wieso wird das denn überhaupt weitererzählen? Wieso haben wir dann im Hintergrund jetzt noch Dominik und JD auf der einen Seite und vielleicht Andrade und Ricochet als Tag-Team-Partner auf der anderen Seite? Wozu? Für wen? Wir wurden da irgendwie, glaube ich, sehr viele Leute reinwurschteln. Das ist so ein bisschen das LWO-Prinzip. Auch einfach ganz viele Leute in ganz viele Gruppen, damit die ganz viel gegeneinander gehen können. Apropos LWO. Ich hätte einfach Bock. Ich weiß, das klingt jetzt plump, aber mach das, was schon funktioniert hat. Nimm Selina Vega. Stell sie Andrade an die Seite und lass Andrade nicht talken oder so. Mach mithilfe von Selina Andrade interessanter. Gib ihm ein Gimmick. Weil was ist er jetzt? Was ist Andrade gerade? Außer ein Wrestler, der einen guten Huf hat im Ring. Und dementsprechend finde ich, da müsste mehr passieren. Weil so wirkt das alles sehr, weiß nicht. Der Judgment Day hat keine Mami mehr. Andrade hat kein Gimmick mehr. Und Ricochet sagt, ich will mitmachen. Und das ist mir dann doch insgesamt ein bisschen zu dünn. Ja, Ricochet sagt ja schon seit sechs Jahren, er will mitmachen. Also vielleicht wartet er einfach nur darauf, bis sein bester Freund Braun Strowman irgendwann mal wieder zurückkommt, damit die Jagd machen können auf die Tag Team Titel. Und ganz im Ernst, bei Andrade, und das führt sich seit dem Royal Rumble so an, als wüssten die nicht, was sie mit ihm erzählen sollen, weil sie darauf warten, dass irgendwas Größeres passiert. Ich sag dir, was es ist. Die warten darauf, dass Charlotte zurückkommt, weil die werden dann zum ersten Mal bei WWE Charlotte und Andrade irgendwie zusammen präsentieren. Ich glaube, die sind einfach nur auf Wartestellung. Und das ist Beschäftigungstherapie. Ein bisschen Abcatchen zwischendurch und so kleine Geschichten, damit die Leute sich wieder dran gewöhnen, dass du hier bist. Ich glaube, die werden safe mit ihm noch mal was Größeres erzählen wollen, weil ich glaube, die glauben wirklich an ihn. Besonders Triple H ist, glaube ich, ein riesiger Fan von ihm und arbeitet sehr, sehr gerne mit ihm zusammen. Also ich glaube nicht, dass das war. Ich glaube, die haben legit einfach im Moment nichts Besseres für ihn. Ich bin gespannt, wie man damit weitermachen wird. Ob es spannender wird vor allem, aber müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wir sehen dann, wie die Bloodline bei SmackDown eine Wendung genommen hat. Kathy Kelly fragt Backstage J. Uso, was ist denn da eigentlich abgehört? Der meint, ey, mein Bruder Jimmy, den habe ich angeboten, dass er an meiner Seite steht. Der hat sich dagegen entschieden. Und die Bloodline, die ist und bleibt eben eine gefährliche Nummer. Und ja, da werden wir auch in den nächsten Wochen schauen, inwiefern die sich dort weiterentwickeln. Auf jeden Fall ein Segment bei SmackDown, was uns gut gefallen hat. Also Chris und ich haben das ja reviewed und auch das Debüt von Tamatonga, wie man das gelöst hatte. Das war schon wirklich, wirklich cool. Jetzt muss man aber nachlegen, denn ich glaube gerade ins Solo-Sekord mit 0 zu 30 plus Niederlagen ein bisschen was aufzuholen. Dementsprechend, da hat man ein bisschen Strecke vor sich. Chelsea Green und Piper Niven pinnen nach ihrer krachenden Niederlage bei SmackDown gegen Jade Cargill und Bianca Belair. Jetzt in zwei Minuten Katana Chance und Caden Carter. Warum? Weil wir demnächst ein Triple Threat Match um die World Cup zu haben zwischen drei Heel-Teams. Nee! Das muss doch der Grund sein. Mach doch nicht so. Ich weiß nicht, was die mir hier erzählen wollen. Ich verstehe, das war zwei Minuten 14, damit die Werbepartner zufrieden sind. Oder zwei Minuten 14, damit man sagen kann, man hatte vier Frauen auf der Kart. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nicht verstanden, was dieses Match hier sollte. Vor allen Dingen, Caden und Katana, die haben vor drei Monaten oder so noch die Women's Tag Team-Titel gehalten. Die haben seitdem alle Matches in unter fünf Minuten verloren. Als wären die das schlechteste Tag Team der Welt. Wirklich. Ganz krass. Es gab eine Zeit, da haben die die mit so Videos, Party-Videos, die sie dann Backstage gezeigt haben, also die haben sie legit wirklich richtig gut aufgenommen. Als hätten sie da Jeremy Borash mitgeschickt. Und dann haben sie gesagt, so dreht man da irgendwelche Vignetten. Da gab es Vignetten mit denen. Die haben ins Nix geführt. Die haben sie drei Wochen gezeigt, dann gar nicht mehr. Splitted die, bitte. Keiner will die beiden mehr. Die haben es nicht mal geschafft, in fünf Jahren Tag Team-Namen zu bekommen. Reicht. Liv Morgan ist Backstage, äußert sich zu Rhea Ripley. Und ich denke, hier haben wir jetzt offiziell noch die Bestätigung. Rhea war ja schon, wie du gesagt hast, in keiner Welt mehr ein böser Heel. Und Liv Morgan ist jetzt aber in dieser Welt geturnt, denn die hat jetzt offiziell gesagt, Rhea, doof gelaufen, hast du halt verdient. Karma is a bitch. Ich habe keinerlei Mitleid. Du hast mich vor ein paar Monaten verletzt und jetzt haben sich die Dinge eben ausgeglichen. Meine Revenge-Tour, die hat gerade erst begonnen. Und seid euch sicher, sie wird erst vorbei sein, wenn ich, Liv Morgan, neuer WWE Women's World Champion bin. Das war, finde ich, eine Ansage und unterstreicht auch, finde ich, das, was wir vorhin rausgearbeitet haben. Liv Morgan kann davon jetzt profitieren. Ich hätte nämlich keinen Bock gehabt auf, ich bin jetzt eine 0815-Sassy-Bitch, die böse ist. Also, why? Ich möchte, dass sie eine clevere, skrupellose, gefuchste Heel-Akteurin ist, die schön weiter auf die Rhea draufhaut. Die wie Drew McIntyre bei CM Punk schön Salz in die Wunde rein. Ja, und da hätte ich Bock drauf und möchte, dass man das ausnutzt. Ist deutlich besser, glaube ich, für Liv Morgan, als jetzt halt, keine Ahnung, die Sachen mit ihr zu machen, die eher so allglatt sind. Wenn ich auch überlege, die letzten Runs von Liv Morgan, wenn es irgendwie Richtung Titel ging und so, hat mich nie so ganz abgeholt. Aber jetzt auf diese Art und Weise bin ich erst mal bereit, mir das anzugucken und möchte da auf jeden Fall Potenzial einräumen. Ich sehe hier Chancen, dass man da gut Kapital draus schlagen kann. Für mich war Liv Morgan noch nie interessanter. Sie war doch nur einmal bisher SmackDown Women's Champion damals, glaube ich. Als sie den Money in the Bank-Koffer eingelöst hat, war es nicht sogar gegen Ronda Rousey oder so? Ja, genau. Gegen Ronda hat sie dann noch diese grässliche Fede gehabt tatsächlich. Ja, richtig. Da war doch nichts gut. Und ja, sie ist im Internet sehr, sehr beliebt und hat sehr viele Fürsprecher und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich verstehe, dass die Frau Fans hat und ich finde sie auch nicht schlecht, aber ich fand sie noch nie überragend. Ich fand sie noch nie hervorstechen. Für mich war sie da und das war vollkommen in Ordnung. Jetzt hat man wirklich eine Möglichkeit, einen neuen Star zu kreieren. Und das tut mir sehr leid, dass es auf den Brücken, auf einer Verletzung von einer anderen Person ist. Aber that's wrestling. Das ist manchmal so. Wie oft haben wir eine Situation gehabt, wo jemand sich verletzt hat, jemand anderes hat die Lücke gefüllt und dann hatte die Person Breakout-Moment. Kofi-Mania hätte es wahrscheinlich nie gegeben, wenn sich Mustafa Ali nicht verletzt hätte. Vergesst das mal bitte nicht. Also, das ist wrestling. Ich finde es super, ich finde es super, was man damit erzählt. Und ich finde es schade, ehrlich gesagt sogar schon ein bisschen, dass man den Titel schon nächste Woche vergibt. Hast du, also ich meine, Liv Morgan wird ja wahrscheinlich, entweder wird sie drinstehen in dem Match und es den gewinnen, oder sie wird nicht drinstehen und man wird es als Storyline dann weiter benutzen. Ja, ich habe sie verletzt, warum stand ich nicht in dem Match? Und ganz im Ernst, ich würde nicht mal ausschließen, dass wir nächste Woche Becky Lynch schon wiedersehen. Ich bin gespannt. Also generell das Teilnehmerfeld, vielleicht macht man nächste Woche, was ich cool finde, auch so ein One-Night-Tournament. Fände ich auch cool, oder? Dass du es ein bisschen breiter streust. Ich meine, warum nicht? Finde ich, kann man auf jeden Fall mitarbeiten und hat auch da ein paar Möglichkeiten, sich abzusetzen. Cody Rhodes versucht sich auch abzusetzen. Unser Mann der neuen Ära kommt heraus zu einer Promo, bei der ich mir dachte, und was ist der Punkt? Und die Stimmung wieder sensationell. Crowd führt das, Entrance haut rein. Cody bedankt sich erstmal bei Adam Pearce, denn eigentlich gehört Cody Rhodes ja zu SmackDown, aber er darf ja weiter zu Raw kommen, weil, warum nicht? War dann wahrscheinlich auch eine Art Abschlussrede hier. Es war auf jeden Fall wirklich, ähm, es war eine Politiker-Abschlussrede. Absolut richtig. Das war, wer auch immer Cody Rhodes zuletzt als Politiker bezeichnet hat, das war eine Politiker-Abschlussrede. Er spricht über seine möglichen Gegner bei Backlash in Frankreich, AJ Styles, LA Knight werden es werden, Freitag bei SmackDown finden wir es raus. Cody noch mit einem Shoutout. Danke an Seth Rollins, wo auch immer du gerade bist. Merci beaucoup. Auch The Rock grastet ab, spricht dann noch über die letzte Woche und der hat das Gefühl, ja, Rock, der hat noch ein paar Matches in sich und von Rock kommt er dann auf die neue Bloodline, um Solo und Tamatonga und ist das nicht spannend? Die neue Bloodline, wow. Und ebenfalls gut kennen, die Bloodline, das tut der Mann hier, Jey Uso, der kommt jetzt raus. Sender, Morgan Contender, auf den World Title von Damien Priest. Und als Everybody's Darling will Cody jetzt Jey unterstützen. Aber Jey sagt, nee, ich will es alleine schaffen. Cody respektiert das, wünscht ihm alles Gute. Und das Segment endet. Viel geredet, aber wirklich gar nichts gesagt. Das wirkte wie Stand-Up-Comedy ohne Gags. Hier war ja, also, ich fand diese Promo so leer. Also für mich war ja überhaupt nichts Interessantes drin. Ich hätte die komplett geskippt, wirklich. Ich glaube, das war, also wie du es gesagt hast, das war seine Abschiedsrede. Das war für alle Leute, die vielleicht nicht so raw in den letzten Monaten und Wochen und vielleicht auch WrestleMania nicht gesehen haben, nochmal eine Zusammenfassung, was eigentlich so passiert ist in der letzten Zeit. Und das war es eigentlich so. Also nur das Problem war, es ging, ich glaube, 15 Minuten oder sowas. Also das war ja lange. Das war nicht so lange. Sein Entrance, Jey, der sich noch hat gefeiern lassen, dann Until We Eat Again. Until We Eat Again. Es war Codys wahrscheinlich letzter Auftritt bei Raw, bis vielleicht noch die Draft-Ausgabe, aber danach wird er halt, der wird weiter im blauen Brand bleiben. Also der wird das neue Gesicht von Fox, er wird das neue Gesicht von SmackDown, er wird SmackDown tragen im nächsten Jahr zumindest. Und ich habe es auch nicht gebraucht. Also es war tatsächlich die erste Promo von Cody Rhodes, was ich mir gedacht habe. Ich glaube, es wäre auch okay gewesen, wenn das Backstage gewesen wäre, wenn da zufällig dann Jey Uso vorbeigelaufen wäre. Ihr hättet euch umarmt, ihr hättet euch ein bisschen abgeheatet und das wäre in drei Minuten vielleicht auch okay gewesen. Aber er ist ja auch der World Champion. Und die Fans in der Halle, die in Montreal, viele werden sich auch ein Ticket gekauft haben, um ihn zu sehen. Er hat safe an diesem Abend, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, er wird irgendeinen Dark-Match am Ende nochmal bestritten haben, im Zweifelsfall. Ich habe nicht nachgeguckt, aber jemand kann es mir gerne sagen, ich wette, er hat Shinsuke Nakamura besiegt. Ich würde Geld darauf wetten, dass das passiert ist. Du darfst das nicht vergessen, WWE präsentiert ja nicht nur das TV-Format, sondern eben auch für das Live-Publikum. Und irgendwie musst du da schon deinen Champion und den wichtigsten Mann, den musst du schon präsentieren. Ich hätte mir gewünscht, man hätte mehr gemacht, als ein paar Great Assists abzuspielen und das war's. Aber offensichtlich hat es den Fans ja gereicht, weil die haben es ja gefressen, die haben es gefeiert. Für uns als regelmäßige Zuschauer, als vielleicht nicht das Live-Publikum, als die TV-Leute, war es vielleicht nicht die Promo, aber vielleicht war es auch nicht an uns gerichtet, sondern eher wirklich so ein Tschüss-Rot und Tschüss-Fans hier in Montreal. Ich denke auch. Also so wie du sagst, für die, die es regelmäßig schauen, ist das wirklich ein bisschen dünn gewesen. Für alle, die die jetzt mal zufällig reingehuckt haben, ach so, das ist dieser Cody Rhodes. In meinen Augen fehlt halt so ein bisschen jetzt die Richtung. Da ruht man sich sehr aus. Die Story ist gefinished und ich vermisse halt die neue Story. Er hat im Long Run The Rock, der auf ihn wartet, aber weiß nicht. Die ganze Zeit jetzt ist es mir ein bisschen dünn mit Danke und soll ich helfen und wow und übrigens nochmal Danke. Da braucht es ein bisschen, da braucht es mehr Gehalt. Jetzt Backlash gegen AJ Styles, das wird ganz nett, aber ich brauche dann irgendwas mit Tiefgang demnächst mit Cody. Irgendwann, gerade so jemand wie Randy Orton oder so sehe ich dort, wo ich sage, ey, da ist ein bisschen Geschichte dort. Aber da, da will ich bitte was haben, weil sonst ist dieser Cody Rhodes tatsächlich so schnell langweilig nach dem Titel gewinnen. Und das ist eine der allergrößten Gefahren. Wenn ein Babyface den Titel gewonnen hat, dann geht es ganz oft bei ganz vielen bergab. Und wir wünschen uns, dass das bei Cody nicht so ist. Ich hätte das Ding hier genutzt, um eine fünf bis zehn Minuten lange Jey Uso Promo zu zeigen, der mir das Match gegen Damien Priest als was Wichtiges verkauft. Hätte darauf noch Zeit verwendet. Aber Cody Rhodes hat diese TV-Zeit in meinen Augen nicht gebraucht. Sagt uns gern Bescheid, wenn ihr das anders seht. Aber ich finde, das war unnötiges Spotlight für ihn tatsächlich. Ich finde es richtig geil, wie du schon callst, dass er bei Backlash gegen AJ Styles antreten wird. Ach so. Es wird das Match gegen LA Knight gar nicht stattfinden. Aber ich meine, so ist halt vorhersehbares Booking. Das darf man nicht vergessen. Und Booking, wenn du einen Endpunkt schon hast, und ich glaube, wir wissen, dass das WWE so bookt, dass sie sich jetzt denken, so SummerSlam wird das der Main Event sein, WrestleMania wird das der Main Event sein. Das Problem ist der Weg dahin und wie du die Lücken dahin füllst. Und wir befinden uns jetzt gerade, und ich glaube, so einen Slump hatten wir sehr selten nach einer WrestleMania. Superstars sind weg. Seth Rollins ist weg. Roman Reigns ist weg. The Rock wird sich jetzt in der nächsten Zeit nicht mehr blicken lassen. Wirklich Leute, die vielleicht auch die Wochen vor WrestleMania getragen haben. Du hast Geschichten, die zu Ende erzählt sind, und du fängst jetzt erst wieder an, neue Geschichten zu erzählen. Und besonders der Draft, besonders so eine Show wie Backlash, wo wir leider alle wissen, dass diese schöne europäische Show nichts anderes als ein Übergangs-Pay-Per-View ist, wie aber schon so viele andere auswärtige Shows, diese B-Pay-Per-Views bei WWE, die Phase jetzt ist nicht besonders spannend. Ich glaube, das wird wieder ein bisschen an Fahrt aufnehmen, wenn wirklich Backlash vorbei ist, wenn der Draft vorbei ist, wenn sich die Wogen geglättet haben und wir wissen, wer in welchem Kader ist. Ab dem Punkt werden die neuen Geschichten erzählt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen mit dem auskommen, was sie uns präsentieren. Das sind die besten Ideen, die sie jetzt gerade im Moment haben. Und offensichtlich war es von unserem Highland Triple H die beste Idee, bei diesem Raw, Cody Rhodes 15 Minuten, einfach quatschen zu lassen. Das war das Beste, was sie sich gedacht haben, was sie jetzt bei dieser Show machen können. Das ist schade, aber es zeigt eben auch, dass WWE ein ganz, ganz großes Problem hat, manchmal zwischendurch auch Geschichten zu erzählen. Und das war schon immer so. Das war schon immer so. Wir wussten manchmal schon, wohin geht der Punkt oder sonst irgendwas. Und in den letzten Wochen und Monaten sind wir so verwöhnt worden mit irgendwelchen Curveballs und hier ist jemand verletzt. Jetzt müssen sie die Geschichte nochmal anders schreiben. Im Moment haben sie nicht so die großen Geschichten. Die kommen halt alle erst. Das Match zwischen Rhodes und Orton wird kommen. Das ist so, das ist sicher wie das Arm in der Kirche. Das wird hundertprozentig kommen, weil es ein Ticketseller ist. Weil wir seit 15 Jahren oder sowas auf dieses Match warten. Aber wir sind an dem Punkt noch nicht. Wir sind ja nicht mal, er ist ja erst seit, hat er ja gesagt, er ist seit heute offiziell Teil von SmackDown. Ja, die Geschichte wird jetzt erst erzählt. Also ich glaube, wir müssen einfach leider ein bisschen abwarten. Und das ist sehr, sehr schade, dass wir an so einem Punkt sind. Naya Jax hatte auch eine Idee. Und zwar hat sie Backstage gesagt, sie möchte jetzt Women's World Champion werden. Und sie kann keiner aufhalten. Ich hoffe schon. Dann haben wir Jey Uso. Der trifft jetzt auf Finn Balor. Jey Uso geht im Laufe dieses Matches, was genauso läuft, wie ihr euch ein Weekly Match vorstellt, geht er für einen Big Splash. Finn Balor kontert, kriegt das Ding aber nicht zu. Uso im nächsten Anlauf mit dem Big Splash holt er sich dann tatsächlich auch den Sieg. Neun Minuten gegen das Ganze. Simples Match, simpler Sieg. Bekommt vor seinem Titelmatch einfach nochmal dieses Erfolgserlebnis. Jey Uso, solid stuff. Ich denke, viel mehr kann man dazu fast nicht sagen, oder? Na, das Problem ist halt, schon wieder hier, Main Event Jey Uso steht ja nicht mehr im Main Event von der Raw-Ausgabe, obwohl er bald um den World Heavyweight ... Co-Main Event Jey Uso. Ja, Co-Main Event Jey Uso. Und das war jetzt, glaube ich, sein erster Sieg, seitdem er jetzt Number-One-Contender geworden ist. Davor hat er ja auch alles verloren, was es gab. Ja, sein Bruder hat immer eingegriffen, was weiß ich. Kein Mensch von uns glaubt, dass er bei dem nächsten Pay-Per-View World Champion wird. Und das ist das Problem mit Übergangs-Pay-Per-Views, dass du die halt auch nicht so ernst nimmst, da irgendwie ein bisschen Intrigue reinzubringen. Das, was jetzt gerade passiert, ist klassische Storytelling. Du hast einen Stable, du hast einen Herausforderer, der mäht sich ein bisschen vorher durch das Stable. Aber am Ende, Bruder, wissen wir alle, dass Main Event Jey Uso nicht der Champion sein wird. Es ist gute Unterhaltung für zwischendurch, aber es ist jetzt nicht das großartige Storytelling, von dem wir einfach in den letzten Wochen verwöhnt waren. Und dann, Ladies and Gentlemen, Lee Fidding, das ist der neue Mensch, der hinter den Kulissen dafür zuständig ist, wie da die Kameras koordiniert werden und wie das da sonst so läuft. Ich hoffe, der Mann verdient gutes Geld. Eigentlich sollte er noch mehr verdienen, als das, was er jetzt schon verdient. Oh mein Gott. Nach dem Sieg von Jey kommt Damien Priest heraus, der das Match Backstage verfolgt hat, geht in den Ring, Judgment Day greift Jey an, Priest nimmt das so ein bisschen skeptisch zur Kenntnis, ist nicht ganz fein damit, der wäre eigentlich gar nicht drauf angewiesen, dass sein Gegner vormals wird, aber whatever, das passiert halt. So, Jey Uso flüchtet durchs Publikum, geht aus der Arena, alles eine Kamerafahrt, geht durchs Publikum, durch diesen Arena-Ring, an den Ständen vorbei, durch den Fronteingang nach draußen und dort steht Sami Zayn. Wie convenient. Und Sami sagt, guck nach oben, hey, vor 25 Jahren habe ich hier meine erste Wrestling-Show gesehen und jetzt kehre ich als Champion zurück. Und weißt du was? Ich wollte heute einfach wie damals durch den Haupteingang in die Arena gehen. Was eine geile Line. Und dann geht Sami, alles eine Kamerafahrt, zurück in das Gebäude, seine Musik ertönt, er geht durch die Fans zum Ring. Was ein geiler Entrance. Die Crowd ist komplett, they went bonkers, würde man sagen. Tolles Setting für den Main Event, tolle Stimmung, tolle, moderne Producer-Arbeit von allen Beteiligten. Sami Zayn wirkte richtig cool. Es wirkte wie das perfekt inszenierte Homecoming. Das war, das war wholesome. Das hat mir richtig gut gefallen und da muss ich wirklich sagen, da hat WWE wirklich, wirklich geflext zum Main Event. Das hat sich besonders angefühlt. Ich frage mich bei diesen Kamerafahrten, ich meine, es gibt ja nur drei Möglichkeiten. Entweder Kevin dann guckt das einfach nicht, weil er will jetzt Abstand davon gewinnen. Er guckt das und sagt, warum hab ich daran noch nie gedacht? Oder er guckt das und sagt, das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen hab. Gibt ja nur die drei Möglichkeiten. Das ist so wild, die haben jetzt weniger Leute im Prinzip, die sie brauchen, um diese Szenen zu machen. Und die Leute rasten im Internet aus, als würden die eine Emmy-premierte Serie gucken. Als hätten die das Rad neu erfunden mit langen Kamerafahrten und mit One-Shots und so. Klar, weil wir nicht dran gewöhnt sind. Wir sind an Epilepsie-Match-Schnitte gewöhnt, weißt du? An Leute, die ADHS haben, die rasten aus, wenn sie die Matches sehen, weil sie denken, ja, jemand schneidet die für mich. Und dann kommt sowas. Und das war, macht es Sinn, dass Sammy Zane acht Stunden offensichtlich vor der Halle steht und hofft, dass irgendwann mal ein Kamerateam vorbeikommt, damit er seinen Entrance-Punkt genau machen kann? Wem hat er auch Bescheid gesagt, ob jetzt ein Knopf gedrückt wird, damit seine Musik läuft? Natürlich musst du dein Gehirn ein bisschen ausschalten. Aber es sieht geil aus. Es ist ein geiler Moment. Die Fans sind ausgeflippt. Wenn ich mir da ein Ticket gekauft hätte, ich sitze irgendwo am Arsch der Welt in Montreal, nur um meine Fans zu sehen. Und dann kommt er da raus und ich kann ihn abklatschen. Das war geil. Das war ein wirklich geiler Moment. Und das ist halt das Schöne, wenn du siehst, dass da Leute dran arbeiten, die das nicht nur vielleicht als Produkt sehen, was man den Leuten verkauft, sondern die auch Bock haben, ein geiles Produkt einfach zu präsentieren. Und das war einfach eine geile Präsentation. Und es war auch ein ziemlich geiler Main Event. Dieses Match war ein Gedicht. Jetzt kann man auch wieder ankommen, von wegen, war das WWE-Stil? War das Indie-Stil? War das Japan-Style? Wenn man das einkategorisieren will, kann man sagen, es war eher wahrscheinlich sogar ein New Japan-Style-Match, so wie die sich da auch auf die Köpfe gehauen haben. Ich möchte einfach sagen, es war ein geiles Wrestling-Match. Das hat einfach, das hat mir wieder gezeigt, warum ich so viel Respekt vor dem habe, was die da machen. So ein auch von Emotionen getragenes Match. Die Crowd, die dieses Match wirklich auf so ein ganz besonderes Level hebt. Und Chad Gable, der auch seine Rolle, finde ich, super spielt, als verbissener Sportsmann. Dem glaube ich, dass er so ein richtig verbissener Athlet ist, der alles da tut für den Sieg. Die bekommen auch richtig viel Zeit. Es gibt viele Moves auf den Kopf, auf den Nackenbereich, viele riskante Bumps und Stürze, was da auch an Brain Bustern kommt. Und so weiter und so fort. Auch auf den Turnbuckle wieder. Das war schon krass. Sammy spielt den Underdog, natürlich zur Perfektion. Die Crowd spielt auch perfekt mit. Immer die kleinen Momente, diese kleinen Strohfeuer, wo Sammy das Comeback entflammen möchte. Aber der Gable ist so smart. Da waren so viele schöne Konter dabei. Technisch so sauber. Und deswegen war das für mich ein cooles, authentisches Pro-Wrestling-Match. Und die hatten keine Grenzen. Die konnten gefühlt machen, was sie wollen. Sammy ist am Ende am Boden. Chad Gable geht für den Moonsault. Sammy kontert. Gable geht für den Ankle-Lock. Ein Roller von Sammy. Exploder in die Ecke. Running Big Boot. Eins, zwei und drei. Und nach 17 Minuten verteidigt Sammy Zane seinen Titel in einem tollen Hauptkampf. Chad Gable ist am Boden zerstört. Der ist komplett überkommen von Emotionen. Liegt heulend in der Ecke. Tja, was soll ich sagen? Toller, toller Main-Event-Vertal. Also, das hat diese Show, finde ich, auch hinten raus. Gleich auch mit dem, was danach noch kommt. So unfassbar aufgewertet. Das war Pay-Per-View-Kaliber, oder? Ich stimme dir da hundertprozentig zu. Also, es kommt nicht oft vor, dass ich sage, Leute, wenn ihr die Show vielleicht nicht gesehen habt und wenn ihr nur unsere Reviews guckt, das ist eine Sache, die man sich nochmal angucken könnte. Vom Entrance von Sammy Zane bis zum Ende der Show hat man hier, ich würde schon sagen, 20, 25 Minuten astreines Fernsehen geliefert. Wenn die ganze Ausgabe so gewesen wäre auf diesem Niveau, was natürlich schwer ist, also wie willst du das machen? Aber wenn die ganze Show so gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir haben eine der besten Raw-Ausgaben des Jahres gesehen. Das hier am Ende, das war wirklich ein, das war, ich würde schon sagen, das war ein kleiner Match-of-the-Year-Contender. Das ist ein Match, wo man am Ende sagen kann, was waren gute Raw-Matches, die man sich wirklich nochmal angucken könnte, wenn man nur von TV-Matches redet, wirklich von TV-Matches. Und wenn man das vielleicht auch aufs, ich meine, natürlich, wir sind bei Dynamite sehr, sehr verwöhnt von higher Workrate, aber wir bekommen nicht oft bei WWE 20-Minuten-Matches, die was bedeuten. Und darüber habe ich mich auch beim Bild der WrestleMania sehr darüber geschwärt. Ich habe viele Raw-Ausgaben sehr, sehr gut bewertet, aber immer wieder gesagt, ihr habt Matches präsentiert, die alle nichts bedeuten. Dieses Match hat was bedeutet. Das hat was für die Karriere, besonders auch von Chad Gable bedeutet, weil man hat es geschafft, durch diese Storyline mit Sami Zayn, durch jemanden, der eigentlich gar nicht in diesem Intercontinental-Title-Match stehen sollte, hat man es aber geschafft, Chad Gable von einer Comedy-Rolle, der aus Otis und Akira Tozawa Backstage in hässlichen Segmenten ein super Tag-Team formen sollte, hat man es geschafft, jetzt jemanden Neuen in die Upper Mid-Card zu bringen. Ganz im Ernst, Chad Gable, so wie er in diesem Match aufgetreten ist, der kann mit jedem so worken. Gib mir Chad Gable gegen Seth, gib mir Chad Gable gegen Drew, gib mir Chad Gable gegen CM Punk, ich sag's dir, weil der wird einfach Spießrutenlauf mit ihm machen. Dieser Chad Gable, so wie er in diesem Match gerasselt hat, ist für mich ein Kandidat. Ich weiß nicht, ob er World Champion sein muss, aber ich würde gerne mal sehen, wie er sich gegen einen World Champion in so einem Main-Event-Match beweist, auch gerne auf Pay-Per-View-Niveau. Für mich war es so ein bisschen Augenöffner und damit würde ich schon sagen, für mich auch das Match of the Night, aber ich glaube, das siehst du ganz genauso. Safe bin ich hundertprozentig bei dir und emotional wurde es ja nochmal ein Rollercoaster mit dem, was danach passierte. Sami Zayn geht nach dem Match zu Chad, legt den Titel in die Mitte, will Chads Hand heben und will ihn motivieren, ey, mein Kopf hoch und dann fließen aber die Tränen. Chad Gable reißt seine Hand los, will nicht, sauer. Sami dann so, ey, ist okay, ist okay. We'll meet another day. Und geht dann neben den Ring, feiert mit seiner Frau. So richtig wholesome Ending, dachte ich mir. Und dann auf einmal spürt Sami die umschließenden Arme von hinten. Und Bats! German Suplex. Chad Gable ruiniert Sammys Siegesfeier. Die Attacke hinterrücks im wahrsten Sinne. Gable brennt die Sicherung durch. Der geht auf Sami los, prügelt ihn in dem Ring, um den Ring, überall, nimmt einen Ankellock am Ringpfosten ins Visier. Offizielle Rennen zum Ring, versuchen das aufzubrechen und damit geht dann die Show off the air. Ich hab richtig Bock auf hier Gable. Ausdrucksstarkes, eindringliches, mitreißendes Finish, wie ich fand bei Raw. Chad Gable und Sami perfekt in ihren Rollen. Wie gesagt, das hat diese Show hinten raus nochmal so aufgewertet, fand ich. Weil das hat sich wirklich so angefühlt wie, boah, wow, was hab ich hier erlebt? Und das ist nach einer Drei-Stunden-Show nicht einfach, jemanden so aus der Show zu schicken, dass er denkt, oh, was hab ich heute gesehen? Und das haben die aber geschafft. Ich hätte Chad Gable auch einen Face-Run gegönnt als Champion und als Super-Catcher, aber sind wir ehrlich, jetzt in dieser Heal-Rolle kann er mehr, glaube ich, gerade erst mal entfalten und gib mir einfach so einen Heal-Cut-Angle-Run. Kopier den 1 zu 1, ist mir total egal. Kann der alles genau 1 zu 1 machen, Virgil? Bin ich voll dabei. Ich hab damit nicht gerechnet. Also ich hab, ich hab mir schon gedacht, dass irgendwann werden da mehr Spannungen kommen, aber ich hab nicht damit gerechnet, dass es so schnell passiert. Ich hab echt gedacht, er verliert dieses Match, vielleicht nächste Woche greift er dann ihn an oder so oder greift in ein Match an in eine andere Titelverteidigung oder er hindert jemand anderen daran, den Titel zu gewinnen. Irgendwie sowas hab ich mir ausgemalt. Bullshit. Die haben es sofort durchgezogen und das war eine absolut richtige Entscheidung. Besonders eben bei dieser Crowd, vor seiner Heim-Crowd, hat er ihn aus den Armen seiner Frau gerissen und auf die Matte gehämmert. Der Beatdown danach, der war, wir haben schon härtere Beatdowns gesehen, aber er war ordentlich und ich freu mich einfach, ganz im Ernst, ich hätt's mir niemals vorgestellt. Du musst dir mal vorstellen, vor ein paar Jahren saßen da Leute im Kreativ-Team und haben gesagt, ey, dieser Chad Gable, weißt du, was das Beste ist, was wir mit dem machen können? Shorty G. Shorty G war das Beste, was die gedacht haben, was man mit diesem Mann machen kann. Jeder, der sich ein Chad Gable-Match anguckt, sagt seit Jahren, das ist einer der besten Wrestler, die sie bei WWE haben und dem fehlen 10 Zentimeter und dann wäre der schon mehrfacher World Champion und das kann's einfach nicht sein. Daher freu ich mich schon, dass man da eine andere Richtung einschlägt und auch jemanden, er kann nichts dafür, wie groß er ist. Das hindert ihn aber doch nicht daran, großer Catcher zu sein. Also von daher, ich find's alles super. Ich find's super, dass man das hier durchgezogen hat und man hat's wirklich auch, damit komm ich vielleicht auch insgesamt schon mal so ein bisschen zu meinem Fazit, es ist nicht so, dass diese ganze Show jetzt bahnbrechend war und krasse Momente geliefert hat, an die wir uns in langer Zeit erinnern werden, aber man hat an drei Stellen, und zwar am Anfang der Show, ich würd's sagen, noch im ersten Drittel der Show und am Ende der Show wirklich drei Sachen präsentiert, wo man darüber reden kann. Zwischendurch haben wir sogar noch ein Comeback vom mehrfachen World Champion gehabt, ja, und da haben wir noch nicht mehr über Seamus geredet, das heißt, sein Comeback ist eigentlich so in den Hintergrund sogar geraten. Komplett. Und das ist einfach krass, wie man's schafft, im Main Event mit zwei Leuten, mit denen man wirklich eine kleine Geschichte erzählt hat, Marcel würde jetzt von der Heldenreise sprechen und das ist einfach nur ein weiteres Kapitel von der Heldenreise, der Lehrmeister, der sich gegen dich wendet, mit dem du dann noch den härtesten Kampf irgendwann haben musst, vielleicht dann noch um den Titel. Das ist die Geschichte, die wir sehen wollen. Das ist auch keine Übergangsgeschichte, das ist eine Geschichte. Da geht's um die beiden Protagonisten und keiner von uns beiden weiß, was ist mit den beiden in drei Monaten? Ist Chad Gable der Intercontinental Champion, der dann die Division rasiert, hält Sami Zayn weiter in den Titel, weil er Chad Gable hinter sich lassen konnte? Das ist doch mal die spannende Sache. Also hier haben wir wirklich eine spannende Geschichte und ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, dass es noch nicht bei Backlash beendet wird, sondern das ist wirklich ein Programm, wo ich Bock habe, das jetzt noch ein, zwei Monate zu sehen. Ich hab Bock, ein Ironman-Match zwischen den beiden zu sehen. Ich will die 30 Minuten einfach nur catchen sehen, Junge. Mehr will ich doch da gar nicht. Das Geile ist ja, so gut das Match war, die können ja noch mehr und das Two-Out-of-Three-Falls-Match würde ich auch super gerne zwischen den beiden sehen. Und das passt zu diesem Intercontinental-Title, weil das war auch die Legacy von Gunther und das hat funktioniert. Es passt. Und deswegen finde ich, also dieses Intercontinental-Title-Picture generell, wie das da alles drum aufgezogen ist, finde ich sehr unterhaltsam. Absolut verdienter Main-Event-Spot auch an der Stelle und dementsprechend ein toller Abschluss für diese Show, die in meinen Augen insgesamt, naja, ich hab schon deutlich langwierigere Raw-Ausgaben gesehen. Es ging eigentlich für die drei Stunden doch ganz gut schnell rum. In der Mitte-Phase auch a whole lot of nothing muss man sagen, aber so overall würde ich schon irgendwie noch sagen, es war an sich eine brauchbare Raw-Ausgabe. Sternchen für ein Main-Event auf jeden Fall, aber ich fand's schon noch brauchbar. Hier ist nix, was mich zu Tode abgefuckt hat oder so. Einfach nur ein paar Dinge, wo ich jetzt sage, alright, können wir weitermachen, mehr nicht, aber war schon so in Ordnung. Also ich konnte mit dieser Raw-Ausgabe doch ganz gut leben, muss ich sagen. Deswegen hab's auch nicht bereut, hier mit dir einzuspringen. Hab erst recht nicht mit dir bereut zu podcasten an der Stelle, das ja sowieso. Also das hätte die schlimmste Show der Welt kommen können. Ich wusste, mit dir werde ich einen schönen Podcast aufzeichnen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich hoffe, ihr da draußen seht das auch so und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Ich hatte Spaß. Ich hatte auch mit der Ausgabe Spaß. Ich hab sowieso mit dir immer Spaß, wenn wir zusammensitzen. Das müssen wir eigentlich sogar viel öfter sogar machen. Ganz im Ernst, es war eine absolut brauchbare Raw-Ausgabe. Ich würde sogar sagen, die erste Stunde kannst du dir vollkommen geben, weil du hast ein gutes Promo-Segment mit Rhea Ripley, du hast Sheamus' Comeback und du hast die Take-Team-Titel, die nur eingeführt werden. Aber ordentlich ab mit zwei wirklich belanglosen Take-Team-Matches mit den Frauen, die mir sehr, sehr leid getan haben. Mit anderen Sachen, die jetzt vielleicht nicht so die spannendsten Geschichten sind oder am spannendsten Punkt sind. Aber wir haben am Ende nochmal die Kurve bekommen. Und wenn du einen guten Start hast und du hast ein gutes Ende, würde ich schon insgesamt von einer mindestens brauchbaren Show reden. Also ich würde sogar brauchbar vielleicht sogar mit einem kleinen Ständchen machen, weil insgesamt, insgesamt war es schon unterhaltsam. Insgesamt haben wir interessante Sachen, interessante Sachen, so das wollte ich sagen, hat man präsentiert. Es ist spät. Ich habe heute schon lange gearbeitet und lange telefoniert. Insgesamt, ich bin vollkommen fein mit der Show. Main Event ist natürlich Match des Tages. Ich glaube, da stimmst du mir jetzt gut. Goldener Goldberg an Gold kann man sich jetzt entscheiden, ob es vielleicht Chad Gable für den grandiosen Turn ist oder aber Liv Morgan, die jetzt vielleicht sogar, ohne dass sie überhaupt ein Match gehabt hat, zu einem der Main Player in der Branche aufgestiegen ist, zumindest im Kader bei Raw, safe irgendwas nächste Woche mit dem Title Picture zu tun hat, jetzt Naya auch noch dabei. Dumpfbacke der Woche würde ich jetzt vielleicht sogar zu Dominik Mysterio gehen. Warum? Er hat seine Mami verloren und gegen Andrade. Ivar möchte ich reinwerfen. Ja, aber er hat seine Mami verloren und gegen Andrade. Ivar hat nur gegen James verloren. Hast du recht. Bei allem Respekt sind DIY in einem halben Jahr reden wir nicht mehr über die beiden. Von daher, heute riecht es nach den beiden. Das sind meine Awards, die ich heute vergeben wurde. Brauchbare Show. Mir hat Spaß gemacht und damit, ja, habe ich nichts mehr zu sagen für heute. Super. Ja, dann nehme ich die Schlussworte einfach diesmal heute an mich auf oder soll ich die gleich zurückspielen? Entscheide ich jetzt spontan, während ich hier einfach mit meinem Laber rein und ein bisschen Zeit überbrücke. Ladies and Gentlemen, das war die Raw Review in dieser Woche. Sie ist nicht ausgefallen, sie kam trotzdem und ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns gern, was habt ihr von dieser Show gehalten? Ich finde es immer sehr schön, wenn wir mit euch in Interaktion treten können. Ja, und dann hoffen wir, dass wir unsere Streak live halten können. Top 30 auf Spotify ist unser Ziel. Auf YouTube übrigens jetzt erst die 17.000 Abonnenten geknackt, ihr Verrückten. Also es ist wirklich Wrestling-Boom in Deutschland. Wir geben weiter Gas und wollen euch so gut es geht versorgen. Nochmal der Verweis natürlich auch, wir geben alles, damit wir euch am Wochenende zu AEW Dynasty ein Tippspiel liefern können. Also auch das schieben wir auf jeden Fall an den Virgil und mich hört ihr am Donnerstagabend in der AEW Dynamite Review nochmal wieder. Wir haben zu AEW Dynasty, wer damit gerade noch gar nichts anfangen kann, natürlich auch noch eine große Vorschau, in der wir euch auf den Stand der Dinge bringen können und vielleicht auch verraten, warum das wrestlerisch wohl eine der besten Shows des Jahres werden könnte. Und wenn ihr sagt, ah, ihr Süßen, euch wollen wir unbedingt mal sehen, dann habt ihr auch dazu die Möglichkeit unter spotfight.de slash Berlin, denn am 31. August findet beim Virgil um die Ecke unser Community-Treffen statt. Und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Alle Infos auf spotfight.de slash Berlin. Heute habe ich auch wieder Ticketbenachrichtigungen bekommen. Also da gehen jeden Tag, gehen da immer ein paar Tickets weg. Wenn ihr auch Bock habt, dabei zu sein, dann checkt das auf jeden Fall mal aus. Und ja, damit würde ich sagen, Deckel drauf, Virgil, ich will nicht mit so einem langen Monolog rausgehen, deswegen sagst du jetzt gleich noch Tschüss. Ich verbleibe mit GW Kinnis Wrestling und wenn es betrifft bis zum Donnerstag. Tschökes. Ja, ich versuche auf jeden Fall auch beim Community-Treffen zumindest mal vorbeizuschauen. Parallel ist ja GWF-Show. Ich bin am Samstag, bin ich in Österreich, in Grünbach am Schneeberg. Also wer da hat, hallo, Servus, bei der Pro Wrestling Österreich. Und ja, wenn ihr auf spektakuläres Wrestling steht, nochmal ein ganz kleiner Einschub. 18.05. GBF Light Heavyweight World Cup sollte man nicht vergessen. Wird eine grandiose Show, ist an einem Samstag. Also wenn ihr mal in Berlin, die haben ja so Sonntagshows, könnt ihr mal vorbeikommen. Light Heavyweight. Das heißt, es wird durch die Luft geflogen, es wird richtig krass abgecatcht, sind coole Leute auf jeden Fall dabei. Für Deutschland, Fast Time Mudo geht an den Start zum Beispiel. Aus Irland ist jemand dabei, aus Amerika ist jemand dabei, Japaner Taishi Osawa ist da, falls sie NOVA verfolgt. Kommt gerne vorbei, es gibt noch Tickets. Ich würde mich freuen, ich mache auch Fotos mit euch, ich sage hallo, ihr könnt NOVA T-Shirts kaufen, geht in die NOVA Kasse, freue ich mich auch. Also kommt vorbei, genießt Wrestling, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.